N10 auf der Abbranche von Bio-Verstärkten und Universalwerkzeugen benötigt Gruppenmitglieder mit biotischen und Tech-Kräften werden dadurch erheblich effektiver starte Sonde Kräfte neu ausbilden könnten uns jetzt leisten. Das wollen wir doch alles gar nicht haben komm, mir muss noch ein bisschen mehr Palladium sein jede Menge Oh, 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 Iridium schlägt voraus. Ja, also gleich habe ich meine Vorräte wirklich so weit aufgefüllt, dass ich hier erstmal nochmal auf die Normen nicht zurückkehre. So, oh, oh, also jeder, der das Spiel hat, Daratar. Da könnt ihr jede Menge abbauen. Guckt euch diese Vorkommen an. Mit einer Sonde direkt drei Vorkommen. Ist das geil oder ist das geil? Aber ich mache das hier mit den Planeten noch ein bisschen fertig. Wenn aber diese Folge hier in der nächsten Folge landen wir auf diesem Planeten. Beziehungsweise holen wir uns vorher nochmal ein paar Upgrades, die wir uns ja jetzt wirklich leisten können. Dank diesen wunderschönen, tollen, klasse Planeten hier. Ähm, ich bin Hello1986, wir spielen Mass Effect 2. Ich sag mal, bis morgen.